Die uns dieses Zigaretten, den du ihr geschickt hast! Dann noch eine, Don Lupo, angemessen mit Blut befleckt, gibt seinem Pferd die Schuld. Es will mir nur nicht was in den Kopf gehen, dass keiner von uns auch nur den Versuch gemacht hat, gestern Abend diesen Raum zu verlassen und wir stattdessen alle hier geschlafen haben unter Misshaftung der grundlegendsten Etikette. Ich fand das Ganze höchst originell. Es ist wichtig! Viva la independenzia nazionale! Viva México! 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 Viva México!